Hallo meine Lieben, Willkommen auf meinem Kanal im LS22 auf der Map St. Kalle. Hey da, der Kalle ist er zu Hause. Ja, wie ihr seht, ich probier mich wieder. Ich bin wieder da, der Milchkönig. Jetzt geht los. Kaufen wir mal hier so dazu, wenn wir so eine Mischung brauchen, dann müssen wir mal wissen, wie dazu ist. Oh, hier fahr ich gerade besser. Oh, fahr ich gerade besser, aber nicht. Das habe ich so schön so gebaut. Ich bin quasi der Zubauer. Ja, aber so fällt das nicht auf. Befüllung starten. Dann geht alles weg. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Zurück. Befüllung starten. Wir brauchen definitiv Getreideschrot. Getreideschrot. So, dann brauchen wir Befüllung starten. Mineralfutter. Getreideschrot. So, dann brauchen wir Getreideschrot. Getreideschrot. Mineralfutter. Getreideschrot. Mineralfutter. Getreideschrot. Getreideschrot. Mineralfutter. Das ist hier nicht mehr. jetzt bin ich ja wieder beim baff okay der ist zu groß der wagen der ist einfach zu groß hinten das ist einfach nix da hast du überall probleme mit dem ding musst immer wieder mit superkraft hier aushalten das ist ich mein guter wenn er fahren kann ist auch klar kommt ich auch dabei aber hier ist jetzt alles kollisionen und statt sich vorbeizieht es bleibt gnadenlos hängen so jetzt haben wir direkt ein bisschen mehr mittig du siehst halt hier auch in den rückspielen siehst du nix großartig was meine ich weiß gar nicht gibt so ein mod zum einstellen spiele einstellen was ist denn hier jetzt wieder Ich will hier nichts abladen, ich will die Höchstwand abholen. Was ist denn das für Symbol überhaupt? Was ist denn das hier immer mit hipsen? Warum geht die FPS denn hier so bei dem Rechner so in die Knie, naja, egal. Was ist denn das alles? BT Silage will er haben, Biertreber Silage. Ja, die gehört doch nicht, das ist richtig. Wann haben wir da noch? Gefiltertes Wasser ist klar, das muss man kaufen. Was ist denn das mit dem Zuckerrüben? Schnitzel. Milasse, es hat kein Zuckerrüben, es ist Milasse. Alles klar. So, das heißt, wir müssen P. P. Ich habe mir jetzt mal das Ding hier aus dem Hof gemacht. Und dann müssen wir Living in a Box. Palette oder was? Wiener fodder. Mineral fodder. Schwine fodder. Kraft fodder. Scharf fodder. Scharf. Hier ist schon mal Melasse. 1100. Wow. So. Kaufen. Ich hab'sgele dir. Ja, das Problem ist halt, wir haben noch keine Biertreber-Silage. Das heißt, wir kriegen die Mische ja jetzt gar nicht richtig fertig, in dem Sinne. Futter-Mischwagen auffüllen. Ach, dann warte schon. Ja. Zur Zeit geht das alles noch komplett was krass, die da schon, das ist klar. Keine Verkaufsstelle verfügbar, keine Ankaufsstelle, das ist viel schlimmer. Jetzt kann man nun mal hier wirklich mal zum harten Trick greifen. Da kann man hier mal zum harten Trick greifen, dort mal auszuprobieren wenigstens. Sonst würde ich jetzt schon mal gerne wissen, hier. Warte mal, für eine Karottenpalette, Melasse, Wasser. Jetzt machen wir hier mal eine pfüllbare Palette. Kaufen. So, dann machen wir mal hier Trick 17. Mit dem Easy Death. Ob das vielleicht funktioniert. Der PT-Silage hat zufällig. Der hat so weit. Der hat so weit tatsächlich neu. Der hat so weit. Da war eine. Ja, das ist nämlich. 17,4 drinne. Leute, jetzt mal hier zum ausprobieren. Dann musst du mithalten. Hallo, hier ist er wieder. Nein, ich wollte mich einfach nur kurz wenigstens noch verabschieden. Ja, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe wie ein Knopf gedrückt. Aufzeichen vorbei. Keine Ahnung. Was mir da wieder fahrend ist. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Liken, Abonnieren, fürs Kritik oder für Kommentare generell. Ist schon eine feine Sache. Ich freue mich riesig darüber. Auch dort hier sehe ich mal was hier bei mir im Kanal. Hallo. Da sehe ich ab und an mal was hier bei mir im Kanal. Ach so. Ich sollte nur noch abladen. Was sagt er doch? Ja, ich wollte mich gerade dafür bedanken und wollte euch dann noch ein wunderschönes Wochenende bzw. einen wunderschönen Wochenstart wünschen. Ich weiß noch gar nicht wann das kommt hier. Ich will gerade mal einen Köpfchen machen. Aber in diesem Sinne. Vielen lieben Dank nochmal fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch Spaß. Bis dann. Ciao, ciao.